Er rusted wieder aus Jetzt kommt er wieder Ich finde das so episch wie aus was ist Ich habe mir mal ein Video von euch eingetragen, er ist so geflippt Alter, ich bin hinter dir respawn Was für ein Wichser, Alter Junge, er spawnt direkt hinter mir Auf die Abis, der im Lamborghini verratelt ist No Scope, oh mein Gott Du bist scheiß Lacker, Alter Oh mein Gott, Alter Ab 20 Meter No Scope, Junge Alter Jetzt habe ich seine Sniper aufgehoben, Alter Der kann nur ich was, ihr wisst Alter, mit seiner Sniper, ey Beste Junge, ich hab mich dreimal gegen den Kopf ge... Junge, das war ich Ich hab mich dreimal gegen den Kopf ge... Ich hab mir den perfekten Kopf ge... Und du triff dich einmal, wenn du mich verarscht oder so? Trotzdem hab ich dich schießen, halt Und du... Und nicht richtig... Und du hast mich nicht abgeschossen Gar nicht... Allein... Ich weiß nicht, warum der mich gekrocken hat, Alter, ich versteh die Welt nicht mehr Hehehe Lass mal so Trickshots versuchen, Alter, so 360 und so Junge, Alter, unnormal Er mit seiner Scheißsniper Fünf Millionen Kilometer entfernt Er trifft mich perfekt, ey Hehehe Alter Falsschaden, Alter, nur... Boah Unterwelten, jetzt einmal Trifthin tut Noch mehr Falsschaden, Junge Lass mich verarschen Rasierer, Alter Original, ey Ist jetzt so geil, Alter Motor-Kross-Junge Wuh-Wuh-Wuh-Wuh-Wuh-Wuh-Wuh-Wuh-Wuh-Wuh Er sagt sich auch gerade so an... ATV oder so, ey, irgendwie... Junge, was ist los? Der Spawn ist genau neben dir Ey, ich bin genau neben dir Spawn Alter, das ist voll scheisse an dem Spiel Und ich hatte noch den Spawn-Schutz, Junge. Ich habe mich genau getroffen, das ist das Problem. Er hat mich genau getroffen und ich hatte noch Spawn-Schutz, Junge. Das ist voll scheiße an dem Spiel, Alter. Auch, dass man immer an derselben Stelle spawnt. Immer wieder, Alter. Ja, jetzt bei dem hier nicht. Ja, bei dem nicht, aber sonst immer, Alter. Immer an der gleichen Stelle. Wartet eineinhalb Stunden, bam. Hey, Junge. Gib ihm, gib ihm, ich sehe das, gib ihm, komm mal, gib ihm nur einfach einen Schuss in die Frisse. Oh, Junge. Ich raste dir gleich aus. Junge, er kämpft immer... Das hat er, als wir gegeneinander gemacht haben, auch immer. Er war immer auf dem Dach, immer. Zehn Stunden am Dach gechillt, Alter. Wo bin ich denn jetzt auf einmal hier? Ja, Mann, du Wichser. 9-9. Ich wette, ich respawn wieder neben dir, Alter. Junge. Junge. Ey, Junge, wieso hast du den gekillt, du hässlicher? Hahaha. Round start. Epek. Ey, ihr seid wieder auf dem Dach, ne? Nein, Junge. Ich wusste. Ohne, ey, ohne, Mann, ohne. Ey, das ist nicht fair, Mann. Headshot, Alter. Ja, aber du, ne, du bist, du bist fair, ne? Junge, Headshot, Alter, zieh dir das rein. Mit dem Messer, Revenge und Headshot. Mit dem Messer. Sorry, Alec. Junge, du respawnst mal da, wo ich gerade stehe, ey. Ja, musst du gerade sagen. Meter von mir entfernt, ey, ich schwöre. Nein, ich bin genau hochgesprungen, ich war hinter der Kiste, Alter. Jetzt ist er wieder auf dem Dach, Alter, das ist ja Pisser, ey, ich schwöre's dir. Ihr immer mit euren kacken Dächern, Alter. Ich war da noch nicht einmal, ey. Doch ein einziges Mal bis jetzt. Einmal war ich bis jetzt auf dem Dach, Alter. Voll verkackt. Wo, Alter? Wo? Deine Oma. Ach, guck mal, am Fenster, Alter, ich bin am Campen. Natürlich, was denkst du denn? Junge, guck dir das an, hier, das ist es, Alter. Guck dir das einfach nur an, Mann, das ist sowas von hart, Mann. Junge, ihr könnt auslassen. Was? Junge, der steht eher am Fenster, ey. Fickdick. Fickdick. Vielleicht mach ich so'n fetten 360 No-Scope, Alter, Headshot, ne, ich schwöre. Boah, Junge, 360 No-Scope, Headshot. Das wär krass, Alter. Ich seh, wie Alex am Fenster kommt, boom, Junge. Er ist schon wieder auf dem Dach, ey. Schluck, Alter. Junge, ich hab nur acht Kills, ey. Was, Junge, ey, ich hab ihn zweimal getroffen, Alter, das kann doch nicht sein, ey. Zweimal Fadenkreuz direkt zwischen Augenbrauen, ne. Unnormal, Alter. Das liegt an seiner Sniper, ich schwör's dir, ey. Ja, ja, die hat so'n Schutzsystem, weißt du? Dann kriegst du mich nicht. Junge, ich hab die grad' aufgehoben, ne? Unnormal, Alter. Das liegt doch, Alter, jetzt kämmt ihr noch einmal hier oben an. Wo? In den Arsch, Alter. Ach, da unten, Alter, scheiße. Blei im Arsch, Alter, ich schwör's dir. Blei im Arsch. Junge. No Scope, Junge. Hast du mich gehört, oder wie? Ja. Nein, ich hab nicht gesehen, wo weib'n. Deine Schritte gehört, Alter. Mich umgedreht, bam, no Scope, ey. Wo's denn, Alex? Babahaftes Beck, Alter, ich schwör's dir. Ich bin. Er muss sich schon zusammenreißen, Alter. Nee, ich raffelte der auch. Komm, Alter, bei dir doch nicht. Gleich, Junge. Ja, wieder, Alter. Auf'm Dach, der geht, ey. Schwör's dir, ey. Durch die Wand geschossen, Alter. Was für ein Wallhacker. Dein Fuß, ne, dein Fuß. Was für ein Wallhacker. Junge, wie geil war der denn jetzt, Alter. Nur sein Fuß guckt raus, dann zackt er mich. Ach, du, was für ne Sniper, er braucht nur auf den Fuß schießen. Halt dein Maul, Mann. Stimmt doch gar nicht, Alter. Das ist Skill, Junge. Das ist einfach nur Ziel. Ja, Junge, das ist einfach nur Hacker, Alter. Das ist nicht die perfekte Hacker. Junge, er hat Aimboard, Wallhack, Speedhack und so nen Sniper, Alter. Speedhack hat er auf jeden Fall, Junge. Acht mal, wie schnell er schießt, ey. Wie schnell er läuft. Du musst mal seine Sniper aufheben, weißt du, wie schnell er durchs Visier guckt, Alter. Du drückst rechts, klick, boom, Junge, direkt. Der steckt seinen Kopf in die Linse rein, Alter. Der Bastard da hinten. Alter. Wo ist er denn? Beim weißen Truck, oder wie? Nein, der steht da, wo man zum Dach hochgehen kann, auf der Leiter. Ja, Junge, friss! Mann, Alter, endlich. Ich zähle jetzt auf dem Dach, oder? Er wieder, Alter. Er wieder, ey, ich schwör's dir. Er kommt von rechts, Alter. Ich zähle die ganze Zeit und Alex versteckt sich irgendwo und dann schießt er aus dem Hinterhalt, Alter. So ein Barbo-Knecht, ey. Ich spawne direkt hinter ihm, zack, Messer, Alter. Junge, das ist so ein scheiß Spawnsystem hier, Monerich. Ja, hab ich gerade auch schon gedacht, ey. Junge. Krass, Alter. Ich hab mich voll erschrocken, ey. Ich dachte, what the fuck war das? Ja, seine Sniper ohne Schalldämpfer, Alter. Zieh dir das rein, ey. Junge, der braucht ein... Alter. Ey, ich schwör's dir, das soll immer fair sein, Alter. Mit so einem ausgeglichenen Sniper, ey. Junge, Alter. Er braucht nix machen, Alter. Zieh's dir rein, Alter. Leck mich am Sack, Junge. Jo, Jungs, drei Kills noch und ich ende hier. Stringt euch mal langsam an, Mann. Ist ja langweilig. Also ist ja langweilig, Alter. Deine Mutter ist langweilig. Halt deinen Maul, Alter. Junge, ey. So ein dreckiger Hacker, ey. Ich schwör's. Alter, ich raste hier nicht aus. Ich nehme mal deine Sniper. Ich will ja nicht zum Umfeld sein. Ich habe jetzt deine Sniper noch mal von Videos. Sie ist scheiße, direkt oder weg sind. Ja, ist scheiße. Ja, siehst du, Alter? Die ist entgeil, Mann. Willst du dich verarschen, Alter? Guck, er hat meine Sniper eine Sekunde, ist er tot, Alter. Juh, was war das denn, Alter? Ey, Alex, du hast die Sniper gewechselt, ne? Die andere ist durch die Luft geflogen. Boah, Junge. Ja, aber kein Scheiß. Sowas habe ich noch nie gesehen, Alter. Ey, du wechselst die Waffe, als ob er die... Ey, Junge, Weitwurf, Alter. Er nimmt die andere Sniper... Ja, das waren ja beide dieselben Sniper. Das war einmal von, äh, von Rikidi und einmal von Mirdi. Ja, wir haben beide die gleiche, aber eher so unfair, Alter, mit seiner Hacker-Sniper. Nein, du Bastard, ich habe gerade auf ihn geschossen, Alter. Frist oder stirb, Junge. Ey, 18, 18, ich bin 18 Mal gestorben, der hat 18 Mal jemanden gekillt. Und er, ey, braucht nur noch einen Kill, der Homo. Rikdomongo, Junge, Alter, wow, jetzt hab ich gesehen, Mann. Alter, so, und...